Halo im halben Kniestand, eine super Übung für die Stabilität im Rumpf, in den Hüften und die Beweglichkeit im Oberkörper. Halo ist mit dem Sandbag um den Kopf herum, High-Dingschein wird Übung genannt. Man kann auch eine mittelschwere oder schwere Kettleband nehmen. Im halben Kniestand hinten den Fuß aufstellen, am besten die beiden Parallelgriffe fassen. Zur Not geht es auch außen. Aufrecht platzieren, Bauch und Po entspannen und dann dicht und eng den Sandsack oder die Kettlebell um den Kopf herumführen. Das Ziel soll sein, dass der Vorderfuß möglichst auf eine Linie mit dem Knie und dem hinteren Fuß kommt. Es wird dann einfach umso wackeliger. Das heißt, bevor wir schwerer das Gewicht nehmen, ziehen wir den Fuß möglichst nah ran. Und dann das Gewicht in beide Richtungen auch drehen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann abonniere hier meinen Kanal und das nächste Video könnte dich bestimmt auch interessieren.